Ich möchte euch ganz kurz erzählen, was die Nürnberg Web Week ist und im Grunde genommen möchte ich euch nur drei Informationen mitgeben. Am Samstagabend ist die Party im Poolhaus, bitte alle kommen, wir haben auch Bier- und Getränkesponsoren. Dazwischen sind auch noch andere Events, zu denen auch gehen. Das Poolhaus ist eine Event-Location, aber da gibt es so Dinge wie Karten und Adressen auf der Website. Der Web-Montag läuft ja jetzt doch schon einige Jahre und er läuft ja auch ganz gut und wir haben gesagt, nachdem immer mehr Events dazukamen, Markus kann nicht aufhören, neue Events sich auszudenken, ich auch nicht, haben wir gesagt, okay, vielleicht können wir es mal auf eine neue Ebene heben, alles zusammenführen, alles in einer Woche machen, die Woche hat jetzt zwar zehn Tage, aber letztendlich trotzdem ballen und zu sagen, hey, lasst uns mal zeigen, was die Szene hier kann, lasst uns mal zeigen, wie groß die Internetszene der Region eigentlich ist. Und das ist das, was wir jetzt auch gemacht haben. Am Freitag haben wir gestartet, vorhin hat ja Stefan auch die Karte gezeigt, der Internetunternehmen der Region, sie wächst immer weiter, ich denke, wir sind jetzt dann irgendwann über 500 Unternehmen, die eingetragen sind, Forschungsbereiche, Unternehmen, große Unternehmen, kleine Unternehmen, kleine Dienstleister, Start-ups. Was, was wir in dem Prozess der Organisation der Web Week lernen mussten, ist, es gibt hier unglaublich viel, was unter der Sichtweite schwimmt, Start-ups, von denen noch nie jemand gehört hatte, Venture-Capital-Firmen, die Firmen in Berlin finanzieren, von denen noch nie jemand hier in der Region gehört hatte, Dienstleister, die in ganz Europa als Dienstleister im Web-Bereich tätig sind, von denen noch nie jemand gehört hatte, eine sehr interessante Erfahrung. Die Organisation der Web Week macht hauptsächlich unser Team und Markus und einige andere, die uns unterstützen, dafür kann man ja auch, die sind leider heute nur Peter da, aber nochmal einen Sonderapplaus für Peter dann, stellvertretend für das Team. Und ein besonderer Applaus natürlich auch für all die Event-Organisatoren, weil letztendlich sind wir nur so eine Art Dachmarke, überall was ist. Wir haben am Freitag mit der Öffnung der Web Week gestartet, Freitagabend war im Coworking Space ein Windows-Hackathon, wo ich weiß nicht, 30, 40 Entwickler die ganze Nacht durchgearbeitet haben und gecodet haben. Es war Code-Retreat am Samstag im Coworking Space, es war Ignite am Samstagabend, das war bereits jetzt heute Start-up-Talks mit sehr interessanten Diskussionsthemen im Coworking. Ich glaube, 20, 25 Gründer, Gründungsinteressierte und andere da waren, jetzt gerade parallel läuft im Coworking der Agile Monday und ich möchte euch alle bitten, das Programm euch nachher nochmal anzuschauen und zu schauen, ob ihr an irgendwas Interesse habt. Es sind über die ganze Woche noch extrem viele spannende Sachen. Morgen empfehlenswert, falls jemand aus Erlangen kommt, mal beim Open Coffee Club Erlangen, den wir jetzt neu starten, vorbeizuschauen für Frauen, vielleicht ganz interessant, eine Microsoft-Managern über Frauen in IT-Berufen im Coworking Space am Abend und am Abend ist auch die CMS-Night mit, ich glaube, aktuell 60, 70 gemeldeten Teilnehmern. Jedes CMS ist mit verschiedenen Vorträgen vertreten und es wird verschiedene Diskussionen über Vorteile technologischer Entwicklungen geben. Es ist gleichzeitig der SEO- und Online-Marketing-Stammtisch, wo Professor Mario Fischer über SEO 3.0 reden wird und über die Zukunft des Online-Marketing, im klaren SEO-Ding. Es ist am Mittwoch der Open Coffee Club in Nürnberg, der E-Commerce-Stammtisch. Die E-Commerce-Szene der Region ist viel größer, als man denkt. Danke da an Benjamin und Tabsel, die das Ganze organisieren. Benjamin ja auch von Rakuten, Thoman, Konrad, die Metropolregion hat sehr, sehr viel E-Commerce in sehr großem Maße zu bieten, was auch alles so ein bisschen unter der Sichtweise schwimmt. Kann ich nur empfehlen. Die Social Bar für NGO-Non-Profit-Themen. Also, es ist noch sehr, sehr viel spannende Sachen. Es wird ein SEO- und Social-Media-Workshop für Redakteure, der am Donnerstag stattfindet, das Freelancer-Business-Speed-Dating. Für jeden, der hier Freelancer ist oder Freelancer sucht, kann ich nur empfehlen, im Coworking-Space ein Speed-Dating, um neue Kontakte zu knüpfen, neue Freelancer zu finden oder einfach nur in einem Business-Networking-Kontext mal 20 Leute in einer Stunde kennenzulernen. Und die Mobile First Night von Insert Effect, die mittlerweile in den Rio-Palast umgezogen ist, ist mit, ich glaube, 120, 130 gemeldeten Teilnehmern und sehr, sehr spannenden Vorträgen über den gesamten Mobile- und App-Bereich. Ich glaube, es werden immer mal wieder Plätze frei werden. Schaut mal nach, schaut mal, ob ihr noch reinrutscht. Es ist bereits voll eigentlich. Dann gibt es noch den Magento-Stammtisch. Am Freitag Social-Media-Night. Wir haben einen lokalen Social-Media-Hero als Special Guest und zusätzlich haben wir drei Kultmarken der Region eingeladen, um uns zu beschreiben, wie sie mit Social Media umgehen. Und das wird mit Sicherheit sehr, sehr unterhaltsam. Kann ich euch auch allen nur warm ans Herz legen. Am Samstag und Sonntag, und dafür möchte ich euch wirklich bitten, viele Leute, viele Entwickler, die ihr kennt, noch anzusprechen, ein bisschen Werbung zu machen. Es ist ein großer Web- und App-Hackathon im Coworking-Space geplant mit Preisen, der Samstag und Sonntag die ganze Nacht auch durchgeht, mit den verschiedensten Themen, die da bearbeitet werden. Wenn ihr jemanden kennt, der da ein Interesse hat, bitte ladet die Leute ein. Samstagabend die große Abschlussparty im Poolhaus. Ich freue mich über euer Kommen und ich freue mich, wenn ihr auf möglichst vielen Events der Nürnberg Web Week auftaucht. Danke. Danke.